24. September in Emendingen im Wald Gipspaarpilze, Steinpilze, Maronenpilze haben wir schon gesammelt und jetzt kommt noch ein paar Pilze, also das ist von unserem Haus das ist eine riesen Birke und Emendingen Stadtteil heißt Birklebleiche, Schillerstraße Bitteschön Birkenpilze Birkenpilze Oh noch ein und wunderschön eins und zwei und noch ein Pilz also muss überhaupt nie in den Wald gehen, um wunderschöne Birkenpilze zu sammeln und hier noch ein, aber wahrscheinlich hier haben schon Hunde oder irgendwelche Tiere die Pilze kaputt gemacht also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht also insgesamt auf so kleine Fläche ganze Menge Pilzen wunderschön die sind ganz toll und gesund hier ist noch ein, das ist ja klasse aber die lassen wir als Dekoration vor unserem Haus für Pilzefreunde eine gute Nachricht das im Wald Gips schon jetzt am 24. September viel Maronen und Steinpilze da wir an 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 Vielen Dank.